Auf den ersten Platz! Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Yeah, wir sind diesmal direkt an der Reeperbahn hier im Hacken. Hacken. Heute und morgen ist nämlich wieder das Halbfinale vom Oxmox Band Contest. Wer wird diesmal ins große Finale in der Markthalle Hamburg reinziehen? Oh, wir werden es erleben. So, hier sind die lieben Leute, die einen empfangen. Ist noch ziemlich chillig, weil ich bin mal ziemlich früh hier heute. So sieht das Hacken nämlich aus. Wollen wir uns mal rein hacken hier, ne? Knall auf. So, ich muss sagen, das Verhältnis beim Steak im Brötchen auf der Reeperbahn stimmt schon. Aber ich würde sagen, Jacin ist hier Geld wert. Danke! Heute moderiere ich mal gar nicht alleine. Heute moderiert der Jonas hier mit. Ich züchte mir quasi Nachwuchs ja da. Okay, los geht's! Herzlich Willkommen zum 31. Weltcontest präsentiert von Oxmox! Ja! 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 Hallo Ego! Hier gibt es gar keinen Backstagebereich, deswegen muss ich hier schreien. Es gibt diesmal leider nicht so viel Backstage-Material. Aber Klaus ist da. In einer sternklaren Nacht sehen wir uns wieder. Ich fühle euch frei, ich bin bei dir. Verlieh, verlieh. Heute haben wir mal ne Tontechnikerin hier. Die Chrissy. Die Chrissy. Die Chrissy. Das ist Träume. Anker Leute. Das ist Träume. Anker Leute. Ich stehe zu den Scherben, ich schreibe Doch die Wünsche, die sind immer alle vor Kashima! Wir fangen an mit dem vierten Platz. Oh, der vierte Platz. Der vierte Platz. Auf Platz vier sind heute Abend AK! Auf Platz drei eine zweieinhalb Mann Band quasi. Auf Platz zwei sind heute Abend zwei Bands gelandet. Zwei Bands! Riesenapplaus für WeGoEgo! Platz zwei, wer ist es wohl? Es ist die Mind River Band! Auf Platz eins ist Platz zwei! Ja! 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 Das war die erste Hälfte! Ja! 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 Halbfinale! Jetzt kommt gleich die zweite Hälfte! Morgen quasi! Also jetzt! So und schon ist wieder der nächste Tag! Wer zieht noch ins Halbfinale? Hier ist gleich Einlass und ich mag Chrisis, Chrisis Pausenmusik hier. Ist geil, ne? Geil! Ja! Der Tag ist vorbei, der Tag ist Lies Diary! Da ist Lies, Lies Diary! Dich! 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 Raus unser Wort, denn uns nie reiht, wie sieht das, wo es ein Ziel war? Wir halten durch nichts bereit, wir haben noch so tausend Jahre Zeit. Packen den Anzug aus dem Zigaretten, ach komm, wie wär's wirklich jetzt mal? Wir haben uns so viel Zeit verraten, und wir sagen uns mal, wir sagen uns mal. Oh, diesmal haben wir einen Außenbereich, oh, wo ist die Stimmung? Ein Außenbereich? Da hinten ist ein Langweiler. Das ist ganz schön toll bei euch! Dankeschön dafür! Als nächstes kommt der Song, der meine Hitsinge wäre, wenn ich eine hätte. Steffi macht einen Türbau-Wau. Da kommt keiner rein ohne Eintrisskarte hier! Das ist so geil, das sieht's ja auch durch, wenn ich mit der Kamera komme. Damit man auch mal sieht, wie das Ganze von außen aussieht. Da ist gerade der Ben Contresti, mitten im Herzen von St. Pauli. Oh, aber gehen wir doch mal wieder rein! Oh, ich deter mich mal. Ich möchte mal verhessen, Aber ich möchte mal sehen. Ich möchte mich mal verhessen, Ich möchte mich mal sehen, oder, oder. Ich möchte mich mal sehen. Ich möchte mich mal sehen. Zwei Bands sind auf dem vierten Platz. Da wären zum einen Nackter Jörg. Ebenfalls Dave Lesteri. Auf dem dritten Platz ist I Come From The Sun. Auf dem zweiten Platz ist Kurt's Paradise. Wer ist wohl auf dem ersten Platz? Wie Dr. Evil hab ich verstanden. Illa Kneffe! Auf dem ersten Platz! Illa Kneffe! Hau! Hau! Es war ziemlich geil und wir sehen uns beim Finale wieder. Ihr könnt euch nochmal alle Outmots-Videos angucken. Ihr könnt sehen wer ich bin und vielleicht verlose ich ein paar Eintrittskarten für das Finale in Hamburg. Am 9.9. komm vorbei zum Finale! Wir haben Hamburg! Wir feiern hier noch ein bisschen so.